Beispielsweise gerade gestern war jemand da, war ich im Laden, ein Türke, der sagt, ich schicke in meiner Familie kein Geld mehr Fiat, ich mache das per Bitcoin, meine Inflation war 70%. Und das sind extrem spannende Personen, die da kommen, also wirklich querbeet alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017